hey guys ich muss das erste mal kochen das seht ihr jetzt in diesem vlog frankie der kuka ja mann ich hab gar keinen bock leute glaubt ihr das ich hab gar keinen bock zu kochen ich stelle die kamera jetzt hier aufs dach dann kann die mich ohne dass sie mich stört filmen so jetzt hier mal öffnen zack so passt dazu sieht man da was ja ne sieht man was so geht hat leuchtet halli hallo summen passt aber der droht die scheiße aus der droht könnte man weg machen so ist doch viel geileres bild leute also da ist noch live von youtube und das einfach später der flock aber ihr seht einfach doppelt so später wenn den vlog siehst du dich in da im live auch so gas ist drin wir brauchen wasser we have to take water in the bottle oder water ich mache nur spaghetti oder nicht mal gucken also geist heute der tag heute ist montag außerdem ja ich hasse montage wie ihr wisst ja deswegen hat auch so einen kleinen breakdown das heißt ich habe was liegen lassen habe ich gedacht habe es dann nicht liegen lassen es war weg im van ich habe es dann gefunden später im van bin aber zurückgefahren auch hör mir auf dicker ich habe mir selber den tag eigentlich mega anstrengend gemacht lecker ist die leute manchmal ist einfach der scheiße und bei montags ist eigentlich immer kacke das ist eigentlich ein garant das so jetzt wollen wir noch ein feuerzeug das ist zu viel wasser scheiße wo du trüßchen restwasser hin leute hier damit wasche ich das direkt reicht das reicht so jetzt brauchen wir salz hier gucken an salz geht das nicht das will nicht so brauchen wir aber guck mal hier das klebt da oben zack wie ein stein alter schwede hier ja man so jetzt kann man salzen ja guck mal ganz viel salz ganz eigentlich drauf halten bis morgen so salz als salz so salz reinigt irgendwie was ne rein gar nicht so jetzt stellen wir dahin jetzt muss mal gucken aber jetzt können wir kochen top drauf stellen leute warten wir eine halbe stunde bang bang jetzt warten wir eine halbe stunde das ist gut oder könnt ihr ein bisschen liken oder so einfach das dinge muss mal ein bisschen laufen hey du auch gleich doch mal du drück auf den like button hast du verstanden mach mal komm schon muss auch die 10k erreichen so wie die anderen auch die ganzen da die machen du das reisen zum trash ohne scheiß ich finde diese ganzen reisenformate sind voll trashig ja noch mehr salz so in der zwischenzeit bauen wir uns einen chanter ein alles dahinten hier ist noch fand die holländer haben auch fand habt ihr gewusst die holländer haben nur 15 cent von deutschland hat der 25 aha so ist das geist so ein und jetzt ja ja außerdem habe ich mir gedacht hier gemüse nudeln knoblauch geist was hab ich mir gedacht nudeln feste knoblauch dass ich gut packen kann so leute ich brauche messer messer hey ist ein messer tschakalaka mach mal hey der ganze schöne knoblauch ab in die natur so hätte so die erste serie ist fertig ready to die so der nächste klumpel hey eigentlich reichen zwei zehn oder ich denke schon machen wir zwei zwei reinge nach zwei sie nach oder was machst du ich denke schon das ist ja richtig schnell crazy shit verdienen wir schon ein paar nudeln also crazy ich brauche einen teller hier zack watermore lappen schüssel nass machen und dann einfach hey so kurz abspülen fertig sauber oder so läuft das bei den junkies das ist so junkie tv weißt du und daher ja sonst was machen laxschuhs warten wir gut damit das ding wollen wir gleich nochmal Hände trocken kommen wir hey mit messer tschakalaka boom so wieder zu machen solltet runter werfen ja jetzt warten wir einfach ne leute also warten wir ich mach gleich wieder an sonst geht der akku leer ne leute heute rein bis ein schuuu machen so siehts von nah aus zack das kocht jetzt zu da bist du tschakalaka boom ok kurze rein fliegen siehst du die roten Wellen sieht nicht geil aus alles unendlich das nervt mich deswegen wird der verkauft von größeren tschakalaka boom ich bin jetzt hier im wald machen wir was zu essen manchmal ist das kalt aber ich muss fressen da ist das essen da kocht das ja man da ist kocht da ist kocht oh der topf wird sehr böse schwarz ich kochte ist das nicht gewöhnt machen wir mal ein bisschen weniger seht ihr das wie schwarz der wird ja man so ist das halt das Leben ist hart als topf guys schreiben die dice so so gut lover boys get me hatter boys hey quack 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 das ist der Pfalz für morgen das ist Snacks das ist das Food das ist Food das ist Bad das mache ich nachher rum hier seht ihr ein bisschen den Van aber der wird ja verkauft so und dann hast du hier hinten die Dusche weil ich wollte eigentlich noch duschen gehen heute aber ich glaube da ist die Sonne und die wird dann morgen hier aufgehen das bedeutet da rum gehen dann kann ich perfekt hier duschen wenn die Sonne da steht habe ich genau eine Stunde oder zwei seht ihr so dann gehe ich nämlich dann duschen nicht heute dann gehe ich nicht mehr duschen erst jetzt so boah fuck was war das denn alter hu so guck tja leute so ist das Allein ist es so trostlos. Ich hab auch gar keinen Bock, irgendwie gesagt. Guck mal, nobody come to me. Da sind zwei Autos, die gehen spazieren, so super lazy, aber auch super öde irgendwie. Hätte ich keinen Reel oder so, da hätte ich keine anderen. Hör mir auf, Alter. Ich würde hier, glaube ich, gar nicht hinfahren. Und die glaube ich auch nicht, so echt. Ja, Mann, Leute, ich mach den Vlog gleich schon sofort fertig. Dann ist er einfach da, ist ein bisschen Trash. Warum nicht? Frankin love Trash. Geil, das Essen ist fertig. Ich hab vergessen, zurück zu filmen. Aber schnell, hier. So, Essen fertig, da. Geil. Heiß. Es ist heiß, Digger. Ich hab gekocht, ja. Kann passieren, Leute. Alter Schwede, ich hab echt mir Essen gekocht. Aber ich schau dir mal den Topf gleich an. Dann denkst du dir auch, Bruder, was hast du mit dem Topf gemacht? Oh, das Feuer hat mit dem Topf was angestellt. Schaut mal gleich. Guck. Was ist noch passiert? Warte. So. Gibt dir das Schwarz? Super crazy. Ja, ist das Brutahnkast, sag ich dir. So, jetzt haben wir hier Essen. Zwei Tage. Für heute und morgen. Geil. Geil, jetzt haben wir hier Essen. Für heute und morgen. Dann ist es ein bisschen abgedreht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.